Tachchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz besonderes für euch und zwar ein Brückenhaus oder eine Hausbrücke. Je nachdem, wie auch immer ihr das sehen wollt. Ihr seht schon hinter mir, da habe ich das Ganze schon etwas vorbereitet. Und wie immer fangen wir mit dem Grundriss an. Das ganze Ding ist von dieser Seite bis zu dieser Seite 27 Blöcke lang. Ihr seht, bei mir haut das ja auch nicht ganz hin. Ich werde das hier dann einfach mit ein paar Stonebricks oder etwas Holz, das muss ich mir noch überlegen, auffüllen. Das heißt, solche kleinen Unebenheiten machen eigentlich nichts. Vielleicht kann man hier auch einfach Sand, aber das überlegen wir uns nachher noch. Ansonsten werden diese zwei Stammreihen im Abstand von genau 5 Blöcke hier in der Mitte platziert. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen beim Nachbauen, damit ihr euch nicht verzählt. Denn ich werde euch jetzt zeigen, in welcher Reihenfolge und mit welchen Abständen wir diese Stämme setzen. Wir fangen an mit dem ersten. Dann lassen wir 5 Blöcke Abstand. Dann kommt der nächste Stamm. Jetzt nur 3 Blöcke Abstand. Wieder einer. Jetzt wieder 5 Blöcke. Und dann sind wir schon über die Hälfte drüber. Wieder 3 Blöcke. Ein Stamm. 5 Blöcke. Und dann sollten wir wieder am Rand sein. Auch jetzt wird es nicht einfacher, denn jetzt müssen wir die auf die passende Höhe bringen. Und das sieht hier folgendermaßen aus. Die zwei äußersten Stämme werden jeweils 2 Blöcke hoch. Die Stämme, die dann jeweils ein Meer in der Mitte sind, werden 3 Blöcke hoch. Jetzt kommt ein kleiner Change, denn jetzt gehen wir hier an die 4 mittleren Stämme. Und auf die müssen jeweils 8 abgezogene Spruce Locks. Jetzt kommen wir schon zur Brücke an sich. Zuvor müssen wir hier aber an den mittleren Pfosten noch einen Querbalken ziehen. Und zwar auf Höhe des 4. Blockes, das heißt von der Wasseroberfläche hier, wo die abgezogenen Spruce Locks anfangen, zählen wir 1, 2, 3. Und hier machen wir jetzt überall, zack, zack, unsere Querbalken. Und wichtig, wir machen auch noch Überstände in jede Richtung. Jetzt bauen wir die Brücke. Das erste, was ihr dafür machen müsst, ist erst einmal diesen oberen Teil hier mit Slabs auffüllen. Das wird dann gleichzeitig auch der Boden unseres Hauses. Und die Seiten funktionieren beide selbstverständlich gleich, sind ja symmetrisch. Und wir gehen erst einmal an den äußersten Balken, gehen an die untere Hälfte des unteren Spruce Blocks und ziehen dann hier die erste Linie. Alles aus Spruce Slabs. Dann gehen wir hier eine nach oben. Machen hier die zweite Runde. Wir gehen wieder einen nach oben. Wir haben jetzt also 3 Stufen. Eine Vierte muss erst einmal noch ran. Dann haben wir hier die vierte Stufe. Hier müssen wir jetzt noch einen nach oben gehen. Und diesen ziehen wir jetzt gleich doppelt. Das heißt, wir gehen danach nicht nach oben, sondern bleiben erst einmal auf dieser Höhe. Es wird jetzt etwas flacher. Die nächste Stufe wird auf der Höhe der Spruce Blöcke der zweiten Säule jeweils gezogen. Auch wieder doppelt. Und die dritte auch doppelt, sodass sie dann hier auf der unteren Hälfte unserer abgezogenen Spruce Blöcke ankommt. Das natürlich auch auf der anderen Seite. Weiter geht's. Und zwar brauchen wir noch einmal Querbalken von abgezogenem Spruce Holz zwischen den oberen Balken ganz oben hier. Allerdings diesmal keine Überstände an den Außenkanten. Dann können wir auch direkt weitermachen. Und zwar mit dem Dach. Und das geht ganz einfach. Und zwar können wir hier unten erstmal eine Runde schwarze Eichenholztreppen platzieren. Dann gehen wir hier eins mit einem Überstand zu den Balken. Eins nach oben. Block auf die Treppe. Wieder eine Treppe oben drauf. Treppe verkehrt rum ran. Treppe oben drauf. Nach dem Block. Und so weiter. Bis wir uns in der Mitte treffen. Das sollte hier sein. Das ist jetzt natürlich auch von allen anderen Seiten. Selbstverständlich machen wir das Ganze nur von zwei Seiten. Was ich gemeint habe ist alle vier Ecken. Ich denke das sollte aber jedem klar gewesen sein. Wir ziehen jetzt hier oben den Giebel mit den Slabs. Und an den beiden Enden hier mit Treppen einen kleinen Überstand bauen. Jetzt können wir den Rest ganz genüsslich mit Spruce Holz auffüllen. Ach und falls ihr euch fragt was das hier noch so für Gebäude sind. Dann schaut euch auch gerne die anderen Videos zu meiner Dorftransformation an. Denn hier ist der Plan ein riesiges mittelalterliches Dorf draus zu machen. Und das Stück für Stück. Und ich zeige euch wie wir das eben machen. Deswegen schaut gerne da mal rein. Würde mich mega freuen. Dann brauchen wir wieder ein paar Balken. Aber nur an den Außenseiten die in Richtung Wasser zeigen. Drei abgezogenes Spruce Hölzer einmal in der Mitte auf beiden Seiten. Dann braucht ihr Mauern. In meinem Fall habe ich mich jetzt für normale Stonebrick Walls. Mossy Cobblestone und Mossy Stonebrick Walls entschieden. Und damit bauen wir jetzt tatsächlich die Mauern. Und ich habe das vorher noch nie wirklich in einem Gebäude gemacht. Aber fand die Idee jetzt sehr schön. Habe mich da inspirieren lassen. Wir machen das nur an den Außenseiten. Das heißt die großen offenen Seiten hier bleiben frei. Aber alles was in Richtung Fluss zeigt wird hier damit zugemacht. Die großen Seiten macht ihr jetzt erstmal mal mit ganz normalen Spruce Blanks zu. Schlagt in der Mitte ein Loch und dann eine Tür rein. Das ist natürlich auf beiden Seiten. Denn wir wollen ja auch über die Brücke auf die andere Seite kommen. Das Dach sieht jetzt natürlich noch etwas langweilig aus. Und diesen Fehler werden wir jetzt beheben. Wir gehen jetzt hier einfach an unser Dach erstmal ran. Suchen uns die Mitte raus. Und entfernen dann hier die unterste dieser Spruce Stufen. Und ersetzen die mit einem ganz normalen Block. Auf diesen ganz normalen Block könnt ihr jetzt erstmal einen Grasblock setzen. Eine Falltür vorne ran. Jetzt brauchen wir hier eine Falltür. Auf beiden Seiten die nach außen geht. Und von der anderen Seite auch nochmal die wieder an diese Falltür rangeht. So dass wir jetzt hier jeweils eine doppelte Falltür haben quasi. Auf die Falltür die von außen rangeht. Könnt ihr gleich noch eine Falltür setzen. Das heißt wir brauchen hier unten eine doppelte Falltür. Und die äußere ist nochmal doppelt hoch. Schwierige Erklärung. Es ist relativ einfach wenn ihr es dann selber baut. An diese Falltür setzen wir dann von innen zwei Spruce Stapen ran. Platzieren dann auch noch zwei Spruce Stapen oben drauf. Eine in die Mitte oben dran. Eine nach vorne. Noch eine nach vorne. Dann hier verbinden wir das kurz mit einer Slap. Machen hier ein bisschen Platz. Damit wir da auch weiter bauen können. Platzieren erstmal einen Block unten drunter. Und eine Slap oben drauf. Ich meine natürlich eine Stufe oben drauf. Hier muss jetzt auch noch ein Fenster rein. Das könnt ihr entweder so platzieren. Gefällt mir aber nicht so sehr. Deswegen gehen wir kurz in den Spectator Mode. Platzieren die von innen. Im Survival ist das natürlich etwas aufwendiger. Aber kriegt ihr auch hin. Und auf unsere Erde muss dann natürlich noch eine Blume. Ihr könnt das jetzt auf nur einer Seite machen. Ich glaube ich finde das aber sehr sehr niedlich und sehr schön. Deswegen werde ich es auch gleich noch auf der anderen Seite machen. Eventuell verschiebe ich es hier um eins in diese Richtung. Und baue das dann hier. Ein was habe ich vergessen. Das fällt mir jetzt erst auf. Für den Kontrast müsst ihr hier links und rechts von der Falltür erstmal noch zwei Blöcke weg machen. Diese Spruce Blöcke. Und auch das machen wir jetzt am besten wieder von innen. Denn wir setzen da stattdessen jetzt ganz normale Fichtenstämme ran. Ganz wichtig selbstverständlich auch ist ein Schornstein. Ich baue den jetzt hier direkt hinter das Fenster das wir gerade gebaut haben. Ihr könnt den natürlich auch woanders hin bauen. Ich baue den aus ganz normalen Cobblestone. Wie ihr schon seht. Mit einer Stonebrick Wall und einem Lagerfeuer. Und dann hier drum wie immer unsere Falltüren. Vor allem hier unten fehlt dem Ganzen jetzt noch ein bisschen an Farbe. Und an den langen Seiten regeln wir das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen uns diese äußersten Slabs. Vertauschen die mit ganz normalen Stonebricks. Darauf ein Grasblock mit Eichenfalltüren umrundet. Und da oben drauf dann schöne große zwei Block hohe Blumen. Auch nicht vergessen darf man den Teil unter dem Haus. Und die Ecken machen wir ganz einfach mit unseren Spruce Treppen. In jede Ecke eine. Nicht nach außen. Das heißt nicht unter die Knüppel hier. Das sieht ein bisschen doof aus. Da kommen stattdessen drei Zäune hin. Bis an die Wasseroberfläche. Und darunter dann jeweils noch eine Falltür. Die Zäune kommen nur an die Außenseite unter die Dinger. Die Falltüren aber an jede Seite. Das nächste ist eines meiner Lieblingsdetails. Und das ist ein kleiner Aufzug hier an der Seite. Das heißt direkt über dem Wasser. Worüber dann zum Beispiel Schiffe end oder beladen werden und das Haus versorgt wird. Wir bauen das Ganze ganz einfach indem wir hier rangehen. Mit zwei Blöcken Abstand hier zum Giebel platzieren wir die erste Treppe. Jetzt wird es etwas tricky. Im Creative gehen wir einfach hier rein. Platzieren die zweite Slap von inne. Fliegen mit dem Spectator Mode wieder raus. Im Survival müsst ihr das von drinnen machen. Oder ihr macht hier oben die Treppe nochmal weg. Dann geht das auch. Noch eine Treppe dagegen. Jetzt hier oben drauf eine Slap. Noch eine Slap. Dann haben wir das schon. Hier unter dieses Slap kann ein Zaun. Und jetzt setzen wir mal. Ja das sollte reichen. Drei Ketten ran. Dann ein Fass unten dagegen. Genau so. Jetzt können wir schon mit den Spruce Trap Doors die Ladefläche erstmal an sich bauen. Dann können wir die Ecken hier noch mit Oatfalltüren bestücken. Und verschiedene andere Fässer mit ran laden. Vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Zum Beispiel hier ein Komposter oder ein paar Heuballen. Die mittlere Falttür können wir dann auch noch mit einer Slap vertauschen. Damit das von unten etwas mehr runder quasi aussieht. Ein weiteres ganz wichtiges Detail sind natürlich Knöpfe. Die wir hier immer schön an den Ecken und Kanten und vielleicht auch mal einfach zwischendrin hier rund ums Haus anbringen können. Um die Pfosten hier noch ein bisschen zu signalisieren können wir hier jetzt auch jeweils noch ein paar Zäune drauf stellen. Und selbstverständlich müssen wir auch die Wege jetzt ordentlich ausbauen. Man soll ja nicht nur über den Fluss sondern auch erstmal zum Fluss hinkommen. Das geht auf ganz verschiedene Art und Weise. Neben einigen Kleinigkeiten zum Beispiel diesem Fenster hier im Dachstuhl. Das wir noch mit Hilfe von zwei Treppen und zwei Zäunen einbauen können. Fehlt natürlich noch die Beleuchtung. Ihr seht die Wege sind jetzt so weit aber beleuchtet sind die auch noch nicht. Und das ist natürlich ganz wichtig. Ich werde hier natürlich wie eigentlich so oft auf Laternen zurückgreifen. Weil Laternen meiner Meinung nach einfach super schön sind und auch gerade für dieses Haus wirklich gut zum Feeling passen. Also Leute ist diese Bude nicht mal wieder wunderschön geworden. Und das ist mal was ganz anderes, was ganz besonderes. Also wenn ihr das so in eure Survival-Welt stellt, eure Freunde werden sich sicher wundern und sich fragen, was ist das denn? Aber ich finde es super cool. Passt hier perfekt mit rein. Ist mal auch was anderes als so ein normales Haus da drüben auf dem Land. Deswegen ist sie ebenfalls eine mega tolle Sache. Mir gefällt es super gut. Aber damit ist das Video auch schon vorbei. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Und dann würde ich aber sagen, macht es erstmal gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.